Ich will auch ein Zeugnis sagen, wie in meinem Leben dieser Stein weggewälzt wurde. Stein ist überhaupt in der Bibel sehr oft benutzt. Das ganze Wort Gottes, es hat viele Sachen, die etwas zeigen, Stein, aber was bedeutet er im Leben? Zum Beispiel, es gibt eine Geschichte von Mose, wer gebetet war, da war auch ein Stein und Aaron und Or haben seine Hände gehalten. Und wo er müde war, dann wurde unter die Hände ein Stein gelegt. Weil Stein, das ist auch ein Sinnbild für diese Menschen, die helfen in der Gemeinde. David hat auch Goliath mit einem Stein getötet. Von Jesus steht es, er ist der Eckstein. Apostel Peter sagt, wir sind die Steine, von denen das Haus Gottes aufgebaut wird. Aber hier ist der Stein, der drückt und er lässt nicht richtig frei leben. Und diesen Stein, den die Menschen nicht wegwälzen können. Aber nur der Heilige Geist. Und in meiner Leben ist es so geworden, ich wurde abhängig, süchtig von Drogen. Ich bin in guter Familie aufgewachsen. Ich habe gut in der Schule gelernt. Ich habe Sport getrieben, also richtig. Aber irgendwie kam die Droge doch in mein Leben. Mit 12 Jahren war ich von dieser Sucht abhängig. Und Gott hat ein Wunder getan, hat mich befreit. Und das ist auch die Wirkung der Gnade. Aber auch, wo ich schon befreit war, so wie Maria Magdalena auch. Aber irgendein Stein hat mich doch noch gedrückt. Und ich konnte nicht weiterkommen. Ja, aber ich war frei von Drogen, aber keine Perspektiven, keine Frau. Irgendwie war es alles dunkel in meinem Leben. Aber da muss ich noch dazu sagen, ich bin frei geworden, weil Leute mir ein Zeugnis gegeben haben von der Befreiung. Weil Drogen in mein Leben kam, dann wurde mein Leben zerstört. Und ich hatte den Gedanken, mein Leben wurde von mir gestohlen. Man hat von mir das Leben gestohlen. Und da kamen zu mir gläubige Leute und haben diese Worte gesagt, ganz wichtige Worte. Gott kann dir dein Leben zurückgeben. Und ich habe dieses Wort gefasst. Das wurde meine Hoffnung. Das hat mich gehalten. Das hat mir geholfen während der Rehabilitation, mich an Gott zu halten. Gott kann wieder das Leben zurückgeben. Das habe ich mir oft gesagt. Aber mein Leben hat sich nicht geändert und der Stein, der lag auf mir. Und dann habe ich zu Gott geschrien. Er hat gesagt, was soll ich tun, dass dieser Stein wegkommt. Und einmal kam solche Offenbarung. Und ein paar Mal hat Gott mir das gesagt. Und wo ich die Offenbarung bekam. Dann war es so wie ein Donner bei einem hellen Tag. Das hat meine Seele zerrissen. Das hat unter meinen Füßen den Boden weggenommen. Ich konnte gar nicht glauben, dass es Gott zu mir redet. Weil die Worte haben so geklungen. Ich, Jesus, bin zu dir gekommen. Hab dich gefunden. Hab dich gerettet. Nicht, um dir dein Leben zurückzugeben. Ich bin gekommen, um von dir die Reste von diesem Leben, das nichts wert war, wegzunehmen. Und dir geben mein Leben. Und wenn du noch die hellste, alte zu behalten wollen, dann wird der Stein dich zerdrücken. Und das ist ein Wort für uns alle. Das gibt uns auch Antwort auf die Worte Jesu. Wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Und wer verliert sein Leben, der wird es gewinnen. Ich glaube, das ist nicht nur mein Zeugnis, das ist ein Zeugnis vom Heiligen Geist. Und ich möchte, dass jeder dieses Wort aufnimmt vom Heiligen Geist, dass es in unser Herz gelegt wird. Unabhängig, wie alt wir sind oder was in unserem Leben passiert. Weil wir lesen von diesen Frauen, die haben Kinder gehabt. Das waren schon Leute in einem vorangeschrittenen Alter. Die hatten auch ihre Sorgen im Leben. Das Wort Gottes sagt, die Lebenssorgen. Aber die haben geglaubt an Jesus und nicht nur. Die haben ihm nachgefolgt. Die haben ihm gedient. Und sie haben dieses Zeugnis von Jesus getragen an anderen Menschen. So wird es gesungen in altem Lied. Wir sind jetzt Zeugen Jesu. Gott möchte uns segnen, dass wir wahrhaftig sind solche. Und dass die Steine an unserem Leben durch den Heiligen Geist weggewälzt werden. Untertitelung des ZDF, 2020